Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki in New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 29. Dezember, kurz vor Silvester, kommen wir hier auf Sendung, kommen wir hier zusammen und leider ist heute nur der Till verfügbar gewesen, deswegen ist der heute da und ich bin der Sashi. Und wir sprechen heute über das Geburtstagskind des Tages, alles okay? Über das Geburtstagskind des Tages, über den Dieter, den Thomas, den Heck. Kennst du noch? Bist du jetzt angepisst oder was? Nee. ZDF-Moderator, ZDF-Hitparade, Pyramide gemacht und sowas, kennst du noch? Ja, und quatscht überhaupt nichts. Und am 29. Dezember 1937 wurde die neue Verfassung in Irland, trat in Kraft und damit wurde das Land im britischen, das soll ja eigentlich eher, im britischen Commonwealth zu einem weitgehend unabhängigen Staat. Und am 29. Dezember 1989, da wurde der Dramatiker Waschlaff Habel, kennst du das noch? Waschlaff Habel wird zum Staatspräsidenten der Tschechoslowakei gewählt, ja. Das war alles am 29. Dezember. Ich bin sehr froh, dass der Till heute da war, weil er sehr viel beitragen konnte, aber wahrscheinlich ist er noch von Weihnachten ein bisschen heiser, weil er zu viel gesoffen hat und zu viel gesungen. Macht aber nichts. Morgen ist bestimmt wieder jemand anders da, hoffe ich jedenfalls. Und dann wird alles gut. Cheerio, Miss Sophie.